Kinder lieben die Montessori-Mathematik. Sie lieben das Montessori-Material, mit dem sie zählen lernen können, mit dem sie rechnen lernen können, mit denen sie später dann in die Algebra gehen können. Das Montessori-Material im Bereich Mathematik hat einen sehr, sehr hohen Aufforderungscharakter für alle Kinder. Natürlich gibt es Kinder, die sich schwer tun mit Mengen, mit Zahlen, mit dem Rechnen. Manchmal brauchen diese Kinder einfach nur mehr Zeit und noch mehr konkrete Erfahrung, noch mehr greifen und darüber dann begreifen. Und diese Zeit bekommen sie ja in der Montessori-Schule, vorher schon im Montessori-Kinderhaus. Also sie können wirklich nach ihrem Tempo lernen und damit auch dieses Gefühl aufbauen, Mathematik ist schön, Mathematik ist spannend, Mathematik ist interessant, ohne Misserfolgserlebnisse zu haben, nur weil sie einfach ein bisschen langsamer in diesem Bereich lernen, als vielleicht einige andere Kinder. Wenn ein Kind jetzt aber tatsächlich diskalkulatorisch ist, also wenn es diese Diagnose Diskalkulie tatsächlich gibt, dann ist auch das Montessori-Material das Bestmögliche, was wir diesen Kindern anbieten können. Sie werden viel Zeit brauchen, viel konkrete Erfahrung brauchen und vor allem auch sehr viel Wiederholung brauchen. Wichtig ist, dass auch diskalkulatorische Kinder das Gefühl haben, ich schaffe das, ich kann das, ich kann mit Zahlen etwas tun, etwas anfangen und auch durchschauen, was damit gemeint ist. Sie haben einen anderen Weg dorthin. Uns das Wichtige ist, dass sie es mit Freude tun, dass sie es mit Leichtigkeit machen, soweit es eben möglich ist und dass auch diese Kinder immer stetig Erfolgserlebnisse haben und gar nicht das Gefühl aufkommen kann, für Mathematik bin ich eigentlich zu tun. Also dieses konkrete Material ist tatsächlich ein Schlüssel für alle Kinder. Manche bewegen sich sehr rasch durch die Materialien durch und manche verweilen bei jedem Material oder bei jedem Arbeitsschritt mit einem Material tatsächlich längere Zeit, bis er so weit verinnerlicht ist, dass wir eine solide Basis aufgebaut haben im Können, im Wissen dieses Kindes, dass es von dort aus den nächsten Entwicklungsschritt mit Freude, mit Leichtigkeit und auch tatsächlich mit Erfolg gehen kann.